Sus ist eine Stadt in Ägypten an der Nordspitze des Roten Meers, welches hier in den Golf von Sus ausläuft, an der Mündung des Sus-Kanals. Sus liegt 135 Kilometer östlich der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Die Stadt hat 565.917 Einwohner. Wahrscheinlich steht Sus auf der Städte des alten Klisma, von den Arabern-Kults umgenannt. Es war vor der Entdeckung des Seewegs nach Indien und es gab der guten Hoffnung als großer Umschlagplatz europäischer und indischer Waren bekannt. Verfiel aber danach und zählte bei Beginn der Kanalbauten nur noch 1500 Einwohner. Nach Fertigstellung des Sus-Kanals blühte die Stadt wieder auf. Ihre Bedeutung als Durchgangshafen für den Ostasienhandel und den Passagierverkehr verhalve der Wirtschaft zu einem enormen Aufschwung. Während des Sechstagekrieges mit Israel im Jahre 1967 wurde die Stadt zeitweise ganz evakuiert und stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden sind auch heute noch teilweise zu sehen. Die Haupteinnahmequellen sind heute die Erdölraffinerien, petrochemische und eisenverarbeitende Industrie. Auch einige Kunstdüngerfabriken haben sich hier angesiedelt. Sus ist Sitz eines Teils der Sus-Kanal-Universität. Die Stadt besteht aus dem arabischen Viertel und dem regelmäßig angelegten europäischen Viertel mit einer vizeköniglichen Villa. Südöstlich der Altstadt sind neue, moderne Viertel entstanden, die auf ehemaligem Meeresboden gebaut sind. Im Nordosten liegt die Mündung des hier zwei Meter Ü. M. liegenden Süßwasserkanals mit einem großen Schleusenwerk. Zu den Hafenanlagen, die weit ins Meer hinaus gebaut sind, führt ein drei Kilometer langer Damm, auf diesem läuft die Eisenbahn zum Hafenbasser. Port Ibrahim genannt, mit Leuchtturm und der Statue des Leutnants Vakorn. Ein 15 Meter breiter Fahrdamm führt zur neu aufgeschütteten Hafenhalbinsel Port Haufik. Während der Revolution in Ägypten 2011 war die Stadt Sus von besonders schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Geprägt Töchter und Söhne der Stadt Ebtisam Zayed, Ratsportlerin Partnerstätte Seit 1985, Mazedonien, Skopje, Mazedonien David 4 25 29 28 28 29 29 26 Vielen Dank.